Also man muss ganz einfach sagen, das ist die einfachste Möglichkeit um Guss zu schweißen. Heute wollen wir Guss schweißen, Grauguss, richtig, richtig widerlichen Grauguss. Ich habe hier zwei Bauteile einer Schwengelpumpe und die sind beide gebrochen. Die werden wir beide mit einer Nahtvorbereitung versehen und dann werden wir die wieder schweißen. Standardmäßig nimmt man dazu eine Elektrode, eine sogenannte Nife-Elektrode. Nickel-Ferium, 60% Nickel, 40% Ferium. Das Ganze ist schweineteuer wegen den teuren Legierungselementen. Und da rede ich natürlich nicht vom Eisen, sondern vom Nickel. Und jetzt ist natürlich immer die Frage, kann man das nicht auch mit Wick und Mack schweißen? Wäre es gerade bei kleineren, filigranen Bauteilen nicht viel schöner, wenn man das Ganze mit Wick schweißt? Wäre es bei anderen Bauteilen nicht viel einfacher, wenn ich hier einfach mit Mack schweiße? Ich habe irgendwo mit Elektrode nicht so die Erfahrung. Elektrode ist mir auch nicht ganz so und da gibt es die tausende von Begründungen. Und es gibt tatsächlich einen Mack-Draht dafür, ja. Oder beziehungsweise einen MIG-Draht, MIG-Mack-Draht. Kommen wir gleich nochmal zu dem richtigen Schutzgas. Aber es gibt halt bisher immer nur 15 Kilo Rollen. Jetzt gibt es das Ganze auch in einer 1 Kilo Rolle, ein MIG-Draht, ja. 0,8 Millimeter, 1 Kilo, kostet ungefähr 60 Euro, ja. Ist halt Nickel, ist relativ teuer. Aber im Gegenzug, die 15 Kilo Rollen, die kosten ab so 12, 13, 100 Euro aufwärts. Und da ist das sicherlich schon eine erschwingliche Sache. Werden wir ausprobieren, werden wir gucken, was für Ergebnisse wir damit erzielen. Welches Schutzgas nehmen wir, wie ist die Vorbereitung, machen wir alles. Und die nächste Frage ist natürlich WIG-Schweißen. Jetzt gibt es viele Experten, die kaufen sich so eine Elektrodenpackung. Und da sind, glaube ich, 5, 6 Elektroden drin. Kloppen die Umhüllung ab. Und das funktioniert auch definitiv. Kloppen die Umhüllung ab und nehmen das Ganze dann als WIG-Stab. Funktioniert, kann man machen. Ist natürlich nicht hundertprozentig ideal. Auch dafür habe ich eine Lösung gefunden. Es gibt mittlerweile WIG-Stäbe, ja. Richtig schöne WIG-Stäbe, auch hier in einer kleinen Verpackung. Ich kann jetzt nicht genau sagen, was das kostet. Ist aber auch in einem relativ bezahlbaren Rahmen. Kann man halt auch nicht ein Kilo von anbieten oder kann man anbieten, aber ein Kilo wäre natürlich auch wieder so in dem Preisbereich 60, 70 Euro. Dementsprechend hier auch so eine kleine Packung. Und meistens reicht so eine kleine Packung. Ich habe hinten eine ganze Kiste voller Sonderzusätze. Da habe ich eigentlich von allem mir immer mal so ein halbes Kilo, 250 Gramm oder so bestellt. Hat man dann da liegen, auch für längere Jahre, wenn man es vernünftig lagert. Hier in so einer Umhüllung ist es vernünftig gelagert. Das ist ein hochlegierter Zusatz, hat man keine Probleme. Wenn man mal Guss mit WIG schweißen will, kann man das Ganze hiermit machen. Ja, jetzt ist natürlich immer dann die Frage, warum schweiße ich Guss eigentlich mit der Elektrode und nicht mit WIG oder nicht mit MAC? Das wollen wir mit WIG schweißen, das wollen wir mit MAC schweißen. Es gibt verschiedene Gründe. Erstmal, so eine NIFE, so eine Gusselektrode ist verfügbar. Bekommt man eigentlich bei jedem Schweißfachhändler. Jeder Versandhandel hat mittlerweile so eine NIFE-Elektrode irgendwo im Angebot, wenn er vernünftig sortiert ist. Und es gab so, da habe ich das schon mal gesehen, ein richtig gut sortierter Baumarkt hat auch Gusselektroden drin gehabt. Konnte man nicht richtig die Bestandteile sehen, aber ich denke, geht auch so in die Richtung. War auf jeden Fall so teuer. Ja, also ist die Verfügbarkeit der Elektrode. Das sollte jetzt kein Problem mehr sein. Wie gesagt, ich verlinke den WIG-Draht und den MIG-MAC-Draht und das ist dann also kein Argument mehr in dem Fall. Nächster Argument ist natürlich, wenn ich diese Naht hier schweiße, ja, dann schweiße ich das einmal mit WIG, einmal mit Elektrode. Mit der Elektrode geht das Ganze natürlich deutlich, deutlich schneller. Ich bringe also auch weniger Wärme in dieses Bauteil und diese weniger Wärme erzeugt natürlich auch weniger Spannung in dem ganzen Gefüge, in dem Randbereich. Und dementsprechend habe ich natürlich auch weniger die Gefahr, dass ich da neue Risse bekomme. Das ist wieder ein Grund für die Elektrode. Nachteil ist natürlich, das Ganze kann man nicht so klein und filigran gestalten wie mit dem WIG schweißen. Braucht man auch nicht drüber reden. So, dann ist natürlich immer so, Guss ist immer eine Wundertüte. Das heißt, ich weiß nie, was mich hier erwartet, wenn ich das schweiße. Jeder, der schon mal regelmäßig Guss geschweißt hat, der weiß von wegen, wenn er hier das Ganze sauber gemacht hat, das sieht alles clean aus wie Stahl. Und wenn man dann das schweißt, dann sprüht es auf, dann ist irgendwas in dem Guss drin. Die Elektrode ist natürlich deutlich, deutlich unempfindlicher gegen Verschmutzung. Ja, das muss man ganz klar sagen. Und das ist jetzt die Gegenüberstellung WIG-Elektrode. Und beim MAC-Schweißen sieht das Ganze natürlich ein bisschen anders aus. Von der Schweißgeschwindigkeit, wenn ich das hier schweiße mit der Elektrode oder mit MAC, ich denke mal, das ist je nach Einstellung, je nach Parametern doch sehr ähnlich von der Schweißgeschwindigkeit. Also zählt das Argument da nicht. Und Elektrode ist gegen Verschmutzung wirklich sehr resistent, also ist nicht so anfällig für Verschmutzung. MAC-Schweißen ist wirklich auch nicht so anfällig für Verschmutzung. Also denke ich mal, das ist auch wieder nicht so das Argument. Und wie gesagt, beziehen kann man das Ganze heute. Es wäre sogar noch schöner, wenn man hier, sage ich mal, so eine 400-Gramm-Rolle vielleicht irgendwann hätte. Aber so eine 1-Kilo-Rolle ist natürlich schon ein Riesenvorteil. So, das sind so ein bisschen die Grundlagen, warum schweiße ich das Ganze eigentlich mit der Elektrode. Jetzt wollen wir das Ganze natürlich erst mal vorwärmen. Wir werden das Ganze in den Backofen tun. Vorher müssen wir noch die Nahtvorbereitung anschleifen. Das heißt von wegen, wir beschleifen das Ganze hier, reinigen das von Farbe mit der rotierenden Drahtbürste. Dann wollen wir natürlich auch nicht nur oberflächlich schweißen, sondern eine vernünftige Anbindung haben. Wir wollen die gesamte Materialbreite hier anbinden. Dementsprechend schleifen wir uns hier eine schöne Phase dran. Wenn es dicker wäre, sage ich mal, 8-10 mm aufwärts, dann würde ich dazu übergehen, beidseitig eine Phase anzuschleifen, eine sogenannte X-Naht. So machen wir nur eine sogenannte V-Naht, schleifen uns hier schön eine Naht an, eine Nahtvorbereitung an. Dann heften wir das Ganze mit Wick und dann schweißen wir das. In den Backofen tun wir das. Ja, ich habe es auch schon mal im Grill vorgewärmt. Das geht auch wirklich super. Ich werde das einfach in den Backofen tun. 20-25 Minuten ungefähr, knapp eine halbe Stunde bei 250 Grad. Das müsste mehr als ausreichend sein. Es ist immer die Frage, warum wärme ich so Material überhaupt vor? Das heißt, der Guss hat jetzt eine normale Raumtemperatur, 20 Grad. Jetzt schweiße ich hier, bringe ich natürlich Wärme rein. Wenn das Material deutlich, deutlich kälter ist als die Naht, dann fließt erstmal die ganze Wärme ab. Ja, und dementsprechend fließt die Wärme unter Umständen, je nachdem wie stark das Material ist, so schnell ab, dass ich in dieser neuen, schönen Schweißnaht gleich wieder Spannung bekomme und dadurch gleich wieder Risse bekomme. Und wenn wir eins nicht wollen, dann sind das natürlich neue Risse und darum, wenn das Ganze fertig geschweißt ist, ja, dann geht es auch in den Backofen wieder zurück. Den Backofen machen wir einfach auf eine untere Temperatur. Es geht einfach darum, dass das Ganze nicht so schnell abkühlt, ja, dass wieder diese Wärme ganz langsam aus diesem Bauteil rausfließt. Man kann das Ganze auch einfach in Isolierwolle packen. Ich habe es, wie gesagt, auch mal auf den Grill getan, den Grill schön angehabt, habe den Grill dann angelassen und habe den langsam ausgehen lassen. Dann sinkt die Temperatur ja auch innerhalb von ein, zwei Stunden, sage ich mal, dann kühlt das wirklich auch schön langsam ab. Viele nehmen auch einfach diese Schweißermatten, packen das da richtig schön ein. Also da gibt es verschiedene Techniken. Wichtig ist wirklich, dass man dieses Abkühlen, dass man es verhindert. Schlimmste, was man machen könnte, wäre in dem Fall, dass man das irgendwie einfach raus in Schnee legt oder raus in kältes Wasser legt oder dergleichen, dass die Wärme einfach rausgeht. Das würde dafür sorgen, dass sich dieses Gefüge nicht wieder vernünftig setzen kann und das würde dann zu Rissen und dergleichen führen. Wollen wir natürlich alles nicht. Und jetzt geht es einfach ans Vorbereiten, dann geht es ans Vorwärmen und dann geht es ans Schweißen. Ja und während das Ganze schön vorwärmt, können wir uns natürlich die Frage aller Fragen stellen, wie stelle ich mein Schweißgerät ein? Das sollte beim WIG-Schweißen völlig unproblematisch sein. Ich werde hier mit dem 2 mm Draht mit 80 bis 90 Ampere starten und muss mich dann mal so ein bisschen orientieren. Das ist für mich auch eine neue Schweißaufgabe. Und ich habe hier keine Gaslinse, sondern ein Gassieb, eine 8er Düse. Ich verwende auch wirklich nur 8 Liter Argon 4.6 und beim Schweißen ist es wichtig, wirklich nicht zu steil den Brenner zu halten. Lieber so ein bisschen auf 45 Grad Schräge, wenn man so schweißt, ja, dann strömt das Schutzgas nicht so intensiv auf die Naht. Man hat trotzdem eine gute Gasabdeckung. Das ist mir dabei immer wichtig. Viele Leute haben Probleme, gerade in dem Bereich mit Poren. Die schweißen dann meistens auch in dem Bereich so bei Edelstahl, Chrom-Nickel-Stahl ist das kein Problem. Aber bei C-Stahl und gerade bei Guss ist das schon ein Problem, da den Brenner ruhig immer ein bisschen schräger halten. Beim Mack-Schweißen nehme ich meinen MEW-212 und da gehe ich einfach hier in die Edelstahleinstellung. Ich habe das eben schon mal eingestellt. 0,8 mm Draht habe ich. Ich nehme ein 316er Programm. Das Gas werde ich auch nehmen. Ich hatte mich im Internet ein bisschen schlau gelesen. Es gibt Empfehlungen, reines Argon zu nehmen und es gibt 98% Argon, 2% CO2 zu nehmen. Also muss ich auch ausprobieren. Werde ich beides mal ausprobieren. Aber wie gesagt, erstmal mit den Einstellungen. Das ist von einem namhaften Hersteller und ich denke mal, da komme ich gut mit klar. Einen Puls oder einen Doppelpuls verwende, kann ich nur nicht hundertprozentig sagen. Ich versuche es erstmal hiermit. Erstmal natürlich auf dem Testblech. Wenn es auf dem Testblech, auf dem ganz normalen C-Stahlblech schon nicht läuft, dann wird es natürlich auf dem Guss auch nicht laufen. Also das kann man so ein bisschen erstmal ausprobieren. Hat mal ein bisschen was zu tun, solange das Ganze vorwärmt. Und dann legen wir los mit dem Schweißen. Und dann machen wir los mit dem Schweißen. Dann hört man richtig die Spannung in dieser Naht drin. Ich habe jetzt hier ein Stück geschweißt. Man sieht, ich bin ja auch ein bisschen durchgekommen. Also ist die Nahtvorbereitung auch richtig. Jetzt werde ich hier noch ein Stück weiter schweißen. Dann fräse ich das vorsichtig oben aus. Dann nehme ich immer diesen kleinen schnuckligen Fräser hier von dem Parkside-Fräser. Der ist eigentlich super. Aber wichtig ist wirklich, also ob es ein Drehmill oder ein Parkside ist, völlig egal. Akku-Fräser oder Akku kleiner Rundschleifer. Ich weiß gar nicht, wie die genau von der Bezeichnung her sind. Dann wichtig ist, dass man hier einen schönen Fräser hat, der eine vernünftige Qualität hat. Und den habe ich hier. Und damit kann man die Naht hier richtig schön ein bisschen nachfräsen, sauber fräsen. Dann kann man von oben das wirklich zuschweißen. Und ich sage mal so, erster Eindruck, der ist wirklich gut. Lässt sich gut verschweißen. So wie der Brenner, was ich eben auch schon gesagt habe, so wie der Brenner ein bisschen steiler ist. Ich hätte ja an Seiten so geheftet. Merkt man gleich, dass das Ganze so ein bisschen aufschprühen will. Wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr Schutzgas hätte, weil ich natürlich so eine unwahrscheinlich gute Gasabdeckung brauche, dann hätte ich da gleich Poren. Kann man von ausgehen. Richtig cool ist natürlich, wenn man sieht, was das hier für eine Wurzel ist. Richtig schöne Wurzel hier durchgeschweißt. Bevor ich jetzt aber mit dem anderen weiterschweiße, mache ich hier auch mal kurz meine Hefter. Das heißt, ich hefte den und dann geht der Kumpel zurück in den Backofen. Da kann der schön warm bleiben. Und ich kann in Ruhe den hier fertig schweißen. Das ist natürlich auch wichtig. Ich wollte das nur auch schon mal schön fixiert haben, dann hat man das schon mal weg und kann sich hinterher aufs Schweißen konzentrieren. Okay. 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 Hier habe ich jetzt von unten die Phase. Das Ganze schön aufgelegt, damit es wirklich auch schön plan ist. Kontur passt auch. Hier habe ich jetzt die Phase. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die ist dann schon wieder ein bisschen schlechter geworden, also Einstellungen nochmal versucht ein bisschen zu optimieren. Dementsprechend bin ich mit den Einstellungen an mein Gussteil herangegangen. Habe erstmal innen geschweißt. Musste dann aber gleich feststellen, dass die Einstellungen auf dem Stahlblech mit den Einstellungen bei einem Gussteil nicht ganz so viel zu tun haben. Beziehungsweise, dass der Prozess viel, viel unruhiger läuft und dass das Ganze viel mehr spritzt. Ich habe dann die Einstellung nochmal versucht so ein bisschen anzupassen, bin in den Puls gegangen. Ich dachte vielleicht bringt es Pulsen, aber Pulsen bringt es in dem Fall leider auch nicht. Ich habe dann für hier außen Einstellungen nochmal ein bisschen optimiert. 10 Meter die Minute, 24 Volt und damit hat es deutlich besser geklappt. Also man muss ganz einfach sagen, das ist die einfachste Möglichkeit um Gus zu schweißen. Man nimmt einfach einen Brenner, nö, einmal hier rüber. Die Einstellungen sind wirklich nur der Knarsus Knacktus und daran muss man wirklich arbeiten. Wenn ich jetzt hier noch 5 Stellen hätte, wo ich Gus dran schweißen kann, dann würde ich da weiter mit experimentieren und würde weiter mit rumprobieren und denke mal, auf Dauer würde ich dann schon sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen können. So viel zu dem Thema. Ja, wenn man dann sieht von wegen, also das ist definitiv die einfachste Möglichkeit um Gus zu schweißen. Und das hier so sieht, das ist auf jeden Fall die schönste Möglichkeit um Gus zu schweißen. Das Ganze ist jetzt schön abgekühlt und ich denke mal, damit kann man gute Ergebnisse erzielen. Nachteil ist natürlich, dass man beim Wickschweißen deutlich, deutlich mehr Wärme reinbringt und wenn man dann das übertreibt mit der Wärme, dann folgen natürlich neue Risse. Am Ende des Tages ist natürlich immer die Frage, für was entscheidet man sich, ja? Fürs Wickschweißen, fürs Elektrode-Schweißen oder doch fürs Mackschweißen, das muss natürlich im Endeffekt jeder immer für sich selber entscheiden. Ich sage mal, Wickschweißen ist wirklich die sauberste Möglichkeit, liefert die schönsten Ergebnisse, bringt aber am meisten Wärme und Spannung in so ein Bauteil, was wieder zu Problemen führen kann. Mackschweißen ist unwahrscheinlich einfach, ja? Man muss halt sich die Einstellungen erarbeiten. Ich bräuchte jetzt nochmal so zwei, drei Nähte, wo ich ein bisschen rumfantaste und dann wären die Ergebnisse nochmal eine Stufe besser. Aber wenn ich auch das hier jetzt beschleife und unten die Planfläche beschleife, die innere Naht würde ich lassen, dann hätte ich wieder ein funktionsfähiges Bauteil. Ist überhaupt kein Problem. Elektrode ist nach wie vor wohl die Sache, die am meisten beim Gussschweißen genommen wird und das hat natürlich auch seine Berechtigung. So eine Packung Elektroden ist unwahrscheinlich günstig. Wer vernünftig Elektrode schweißen kann, der kann damit loslegen, kann damit gute Ergebnisse erzielen. So, ich hoffe, das war interessant. Das sind zwei Gussteile, die haben wir wieder gerettet. Die werden wir jetzt noch ein bisschen beschleifen. Dann können wir die theoretisch wieder nehmen. Aber vielleicht werde ich mir die auch strahlen und weiter an den perfekten Einstellungen für den Draht arbeiten. Wenn ich mir die erarbeitet habe, werde ich euch sicherlich darüber informieren.